Was heißt Nachhaltigkeit? Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wirtschafts-Sondersendung New Energies. Erneuerbare Energie. Ein Thema, das es verdient, genauer vorgestellt und diskutiert zu werden. Ein Thema, das uns jetzt und auch in Zukunft beschäftigen wird, wenn von verantwortungsvoller Energiewirtschaft die Rede ist. Energiewirtschaft und insbesondere neue Formen der Energiegewinnung sollen heute von mehreren Aspekten beleuchtet werden. Wir werden deshalb namhafte Fachleute zu diesem Thema befragen. Wir haben außerdem mehrere Außenstellen eingerichtet, von wo unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen live berichten werden. Die Leitung steht und wir schalten jetzt Sarah Casaronia nach Güssing. Wir stehen jetzt vor dem Technologiezentrum in Güssing. Güssing und Burgenland hat aufgrund seiner Energiepolitik in Österreich und überhaupt im gesamten EU-Bereich eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Die Stadt Güssing hat sein gesamtes Energiesystem völlig auf heimische und erneuerbare Energieträger umgestellt. Wärmekraftstoff und Strom werden durch Holz, Raps und Sonnenenergie erzeugt. Dadurch wurde Güssing zur energieautarken und umweltfreundlichsten Stadt Österreichs. Danke Sarah für diesen Zwischenbericht. Inzwischen hat Herr Puma vom Ökosozialen Forum und dem österreichischen Biomasseverband einen Vortrag über die Bedeutung der erneuerbaren Energiequellen gehalten mit dem Schwerpunkt Biomasse. Wir schalten jetzt live zu Markus Wienisch in den Festsaal. Markus, bitte. Ich habe jetzt den Herrn Puma vom Ökosozialen Forum bei mir. Herr Puma, warum ist erneuerbare Energie heutzutage dermaßen wichtig? Weil die Anzeichen des Klimawandels immer deutlicher spürbar werden. Wir haben also hier verlässliche Prognosen von IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Das sind 1500 Wissenschaftler der Vereinten Nationen. Und wir werden also gewaltige Probleme bekommen, beginnend in der Landwirtschaft bis über den Tourismus. Der Klimawandel ist ein Faktum. Es ist auch so gut wie erwiesen, dass der Mensch die Ursache ist. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass die Grenzen der Fossilen immer deutlicher werden. Sogar Ölmultis prognostizieren die Reichweite der leicht verfügbaren Ressourcen, sprich Öl und dann auch Erdgas für etwa Mitte dieses Jahrhunderts. Daher werden die Regierungen aufgerufen sein, durch politische Richtlinien, Rahmenbedingungen, einfach die erneuerbaren Energien mehr zu fördern. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben im Interesse der nächsten Generationen. Dankeschön. Das Anliegen des Biomasseverbandes ist eine Popularisierung der erneuerbaren Energiequellen, deren Verwendung die Umwelt kaum belastet. Derzeit wird nur ein Drittel des nachwachsenden Holzes in Österreich verwendet. Holz wird also als Energieträger kaum benutzt. Noch immer wird der Markt von fossilen Brennstoffen beherrscht. Dahinter stehen politische und wirtschaftliche Interessen. Jedoch werden die Ölreserven in ca. 40 Jahren erschöpft sein. Danke, Markus. Soweit also der Standpunkt von Herrn Puma. Herr Ingenieur Koch, wollen Sie uns einige Worte zum Ihrem Energiekonzept sagen? Ja, von mir wurde 1989 ein Energiekonzept für die Stadt Güssing entwickelt. Dieses Energiekonzept hat mehrere Schwerpunkte. Ein großer Schwerpunkt ist Energieeinsparung, sehr wichtig. Der zweite Punkt ist der totale Ausstieg von fossiler Energie in der Stadt Güssing hin zur erneuerbaren Energie. Und mit dem Energiekonzept wollte ich auch eigentlich erreichen, natürlich der Umweltschutzgedanke. Und zweitens auch eine wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Güssing sollte erreicht werden. Gut, und was sind Ihre vier Schwerpunkte in diesem Projekt? Ja, wichtig für uns war am Anfang die Energieeinsparung. Alle Anlagen, alle Objekte der Stadt Güssing wurden energietechnisch saniert. Das heißt, die Objekte, die im Besitz der Stadt Güssing waren. Dazu zählten natürlich die Gebäude wie die Schulen, Gemeindeamt, Feuerwehrhaus, Kindergarten. Aber auch technische Anlagen wie die Straßenbeleuchtung oder das Wasserwerk, die Kläranlage. All diese Dinge konnten energietechnisch saniert und optimiert werden. Was zur Auswirkung hatte, dass das Budget für Energieausgaben in der Stadtgemeinde Güssing halbiert wurde. Gut, dann Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für Ihrem Projekt. Danke nach Güssing. Ja, liebe Zuschauer, und es geht weiter. Wir schalten um zur Diskussion mit Herrn Reus von der Wien Energie. Dort meldet sich mein Kollege Markus Wienisch. Ja, 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 sehr schade. Kann man nichts machen. Danke, wiederhören. Wie wir leider soeben erfahren haben, ist Herr Reus von Wien Strom erkrankt und kann deswegen nicht zum Vortrag erscheinen. Tut uns sehr leid, kann aber leider nichts machen. Sarah, kannst du mich hören? Sarah, bitte melden. Entschuldigen Sie, liebe Zuschauer, wir haben Probleme mit der Technik. Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Mein Kollege Markus Wienisch hat mit einem Vertreter der OMV gesprochen. Es folgt eine kurze Einspiegelung. Ich will jetzt den Herrn Ernst von der OMV bei mir. Herr Ernst, was tut die OMV auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie? Ja, die OMV ist ja von ihrer Identität her ein mitteleuropäischer Energiekonzern mit integrierten Chemieaktivitäten. Seit mehreren Jahren beschäftigen wir uns vor allem zum Thema Klimaschutz. Hier geht es in erster Linie darum, die Energieeffizienz voranzubringen. Das heißt, mit dem kostbaren Energieträger Öl möglichst sorgsam und sparsam umzugehen. Hier haben wir sehr, sehr viel weitergebracht. Beispiel nur schwefelfreie Treibstoffe, die am 01.01.2004 flächendeckend in Österreich verfügbar sein werden. Und das ermöglicht zum Beispiel wieder der Automobilwirtschaft, die ganz energiesparenden Motoren und Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Und ansonsten haben wir in unserer Strategie alle erneuerbaren Energieträger in Summe 19 Möglichkeiten, neue Technologien hier auch in das Geschäft zu integrieren, überprüft. Und da gibt es sehr interessante Möglichkeiten, die aber mit unserem Kerngeschäft in erster Linie zu tun haben müssen. Ich denke da zum Beispiel an die biogenen Treibstoffe, die wir zusammen mit dem Umweltminister als nächstes angehen werden. Danke vielmals. Im Gegensatz zum ersten Vortrag schilderte uns Herr Ingenieur Ernst von der OMV folgendes. Erstens, die Ölreserven würden bis zum Jahre 2040 nicht zu Ende gehen, aufgrund effizienterer Förderungsmethoden und einem geringeren Verbrauch bei gleichbleibender Leistung. Zweitens, der Einsatz von Biomasse sei nicht umweltneutral, was die Emissionen betrifft. Drittens, die beste Heizmethode laut der OMV ist eine Kombination aus Solarenergie und Ölheizung. Viertens, erneuerbare Energie sei mittelfristig zu teuer und daher sobald nicht verwirklichbar. Und schließlich fünftens, als Beispiel zum ökologischen Einsatz der OMV, ab 2004 gibt es in Österreich flächendeckend schwefelfreien Benzin. Die Leitung funktioniert wieder und wir schalten um nach Güssing zur Rapsölverwertung. Hier spricht Sarah von der Rapsmühle in Güssing. Pro Tag werden hier derzeit 20 Tonnen Raps, der seit dem Vorjahr ausschließlich aus dem Burgenland stammt, zu Biodiesel, Kuchenschrott, Speiseöl und Schmieröl verarbeitet. Schleckenpflanzen, dann fahrt. Zuerst werden die Rapssamen in der Schneckenpresse kaltgepresst. Die Temperatur von 40 Grad erhebt sich jediglich aus der Reibungswärme in der Presse. Der dabei anfallende Kuchenschrott wird als eiweißreiches Futtermittel verwendet. Das hier entstandene Öl kann entweder als Salatöl verwendet werden oder in Raffinerien zum Braten und Backen hitzebeständig gemacht werden. Weiters wird ein Teil dieses Öls als Schmieröl für Kettensäen genutzt. Ein anderer Teil des Öls wird je nach Bedarf in der Ummästerungsanlage durch einfache chemische Reaktionen zu Biodiesel umgewandelt. Fünf Tonnen Rapssamen ergeben etwa 1400 Liter Biodiesel. Die Erzeugung von Biodiesel aus Raps ist aus ökologischen Gründen nicht unumstritten, da der Rapsanbau einen enormen Aufwand an Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel erfordert. Die positiven Aspekte sprechen jedoch für Biodiesel. Es ist CO2-neutral, es ist innerhalb von 19 Tagen biologisch abhabbar und daher fürs Grundwasser ungefährlich. Auch bei der Verbrennung treten Emissionen nur in geringen Mengen auf. Der Rapsöl ein so hochwertiges Produkt ist, wäre es jedoch besser, Altspeiseöl für alte Biodieselgewinnung heranzuziehen. Das war Sarah Ketzeronen aus der Rapsmühle in Güssing. Sind Sie beim Gymnasium Güssing? Unsere Besonderheiten sind, dass wir neben den regulären Zweigen wie Instrumentalmusik und Naturwissenschaften auch ein Informatikgymnasium sind. Hier spricht Irena Boic aus dem Realgymnasium in Güssing. Das Oberstufenrealgymnasium in Güssing, ein Musterbeispiel für nachhaltige Energiewirtschaft. Das in den 70er Jahren gebaute Borg wurde in den letzten Jahren saniert und dem Umwelttrend der Region angepasst. Die Besonderheit an dieser Schule ist, dass parallel zu jedem Zweig eine europäisch anerkannte Fachschulausbildung zum Solateur angeboten wird. Die Ausstattung für diese Fächer ist ausgezeichnet, da die Schule eine Vielzahl von modernen Geräten wie Computer und spezielle Solareinrichtungen aufweisen kann. Ganz im Sinne der neuen Energiepolitik Güssings wurde in der Schule eine Photovoltaik- und Solarkollektorenanlage installiert. In der Solarkollektorenanlage wird Sonnenenergie in Wärme umgewandelt und damit die beiden Turnsäle beheizt. Der Rest der Schule bezieht seine Wärme aus dem Blockheizkraftwerk Güssing. In der Photovoltaikanlage wird Sonnenenergie in elektrischen Gleichstrom umgewandelt. Der entstandene Gleichstrom muss, bevor er ins Stromnetz eingespeist wird, in Wechselstrom umgewandelt werden. Dann wird der 50 Hertz Wechselstrom ins Netz eingespeist. Die Anlage liefert 9000 Kilowattstunden pro Jahr und bringt eine Kostenersparnis von 5400 Euro jährlich. In 15 Jahren wird sich die Anlage amortisiert haben. Ihre Lebensdauer liegt bei ca. 30 Jahren. Durch diese Anlage beweisen die Güssinger, dass sie energietechnisch autark sein können. Das war Irena Wulsch aus dem Realgymnasium in Güssing. Beim Problem der Energieaufbereitung geht es neben wirtschaftlichen Aspekten auch um ethische Fragestellungen. Zwei unserer Kollegen, Frau Susanne Baranovic und Herr Michael Bostzweck, nehmen jetzt dazu Stellung. Aus der Sicht der Ethik ist die Frage der erneuerbaren Energie und der Nachhaltigkeit zunächst eine Frage der Verantwortung, die wir gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber der Natur haben. Ist es nicht so, dass vor allem in den reichen Ländern nicht erneuerbare Ressourcen im Übermaß verbraucht werden und sich so das Armutsgefälle zwischen Nord und Süd immer mehr vergrößert? Das ist leider ein sehr reales Problem. Es ist wirklich höchste Zeit, dass wir unser Konsumverhalten überdenken und auch bereit sind, es zu ändern, und zwar im Sinne einer besonderen Selbstbegrenzung. Zudem müssen internationale Konflikte um erschöpfliche Energieressourcen überwunden werden. Eine weitere Frage. Wie sieht es mit dem ökologischen Generationenvertrag aus? Das ist ein entscheidender Punkt. Wir tragen selbstverständlich die Verantwortung dafür, in welchem Zustand wir zukünftigen Generationen unsere Welt hinterlassen. Zukunftsfähige Modelle, die einen raschen Wechsel zur Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen, sind in dem Zusammenhang sehr wichtig. Vielen Dank. Wir grüßen uns im Raum, wo der Motor steht, vom ganzen Energiewerb. Das ist ganz interessant, weil es wird sowohl wärmer, als auch Elektrizität erzeugt. Die Biomasse besteht zu einem Großteil aus Zellulose und Lignin. Holzschnitzel werden im Wirbelsturm des Olivinsandes im Vergaser thermisch zersetzt. Dabei wird organisch gebundener Kohlenstoff von Wasserdampf zu Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff oxidiert. Abfälle, die nicht in Produktgas umgewandelt werden können, werden verbrannt. Die Verbrennungswärme kann für Fernwärme verwendet werden. Das Produktgas wird nach einer Reinigung in einem Gasmotor verbrannt. Dabei entstehen Strom und Fernwärme. Die entstehenden Kohlendioxide und das Wasser können von Pflanzen wieder in Biomasse umgewandelt werden. Es wird wärmer, aber auch Elektrizität erzeugt. Und durch diesen Generator hier wird das Ganze in das zentrale Stromnetz von Kussing geleitet. Wie läuft's? Eine Nachricht von Gott erhalten. Religionen sehen die Welt als Gottes Schöpfung. Das heißt, jeder glaubige Mensch hat eine hohe Wertschätzung gegenüber der Natur. Er möchte sie schützen, damit er und auch nachfolgende Generationen gut mit ihr und ihnen leben können. Auch die Kirche erinnert an den Umweltschutz. Sie stützt sich dabei vor allem auf die Bibel und das Vorbild von vielen Heiligen, die Gott oft in der Natur vorgefunden haben. Musik 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 Astrid Lederer, Fernheizwerk Güssing. Nachdem das Holz hierher geliefert wurde, wird es anschließend gewogen auf einer Brückenwaage und zerkleinert. Dann kommt es in die Brennkammern. Frau Brunner, wie funktioniert das weiter? Also das Holz wird hier oder die Biomasse wird über ein Schubsystem in diese Brennkammer eingebracht, kommt dann auf einen Rost, verbrennt dort und die Asche fällt dann hinunter in einen Kanal und wird von dort entsorgt und kann auf die Felder als Dünger aufgebracht werden. Und wie sieht es mit der Abgasbelastung aus? Wir haben hier sehr strenge Auflagen. Die Abgase werden nach dem burgenländischen Luftreinhaltegesetz überprüft und aufgrund der Förderungen, die wir für die Anlage bekommen haben, müssen wir die Hälfte der sonst üblichen Grenzwerte erreichen. Der übliche Grenzwert ist 50 Milligramm pro Norm Kubikmeter und wir erreichen hier in der Anlage 5 Milligramm pro Norm Kubikmeter. Hauptbestandteile der Emissionen sind Staub und Feinasche. Und wie sieht es mit der Gesamtleistung des Kraftwerkes aus? Die Gesamtleistung dieses Heizwerkes ist 8 Megawatt Wärme. Die wird erreicht durch zwei Biomassekessel, den einen mit 5 Megawatt und den anderen mit 3 Megawatt. Und gibt es auch etwaiges Sicherungssysteme im Falle eines Ausfalles oder technischen Defektes? Wir haben zusätzlich einen Ölkessel mit 6 Megawatt Leistung. Der ist dazu da, um Spitzenlasten abzudecken oder auch eben im Falle eines Ausfalles. Zusätzlich gibt es eine mobile Containeranlage, die bei einem Totalausfall zumindest zum Beispiel das Krankenhaus in Güssing mit Wärme versorgen könnte. Innerhalb einer Stunde könnte die an das Krankenhaus angeschlossen werden. Und auch sonstige Einrichtungen, wie zum Beispiel die Schule oder die Kaserne in Güssing, warten ihre eigenen Anlagen, damit sie bei Bedarf diese hochfahren können. Dann danke ich sehr herzlich für das Interview. Anastasia Tschekovskaya aus Güssing. Der politische Bezirk Güssing befindet sich im südlichen Burgenland und besteht aus 28 Gemeinden. Die Regionalhauptstadt ist Güssing selbst, mit dem wunderschönen Wahrzeichen der Burg bei mir im Hintergrund. Laut der Volkszählung 2001 hat der Bezirk 27.200 Einwohner. Das große Problem der Region ist aber, dass es viel zu wenige Arbeitsplätze gibt. Deshalb müssen Leute nach Graz oder nach Wien, eben in die großen Hauptstädte, pendeln. Der politische Bezirk Güssing liegt im Burgenland und besteht aus 28 Gemeinden. Laut der letzten Volkszählung im Jahr 2001... Noch einmal. Noch einmal? Okay. Deswegen entstand noch einem der größten Biomasse-Fernwärmenetze und eine Anlage zur Erzeugung von Biodiesel, ein Biomasse-Kraftwerk. Güssing ist seit einigen Jahren energieautark und deswegen sehr interessant für unser Projekt. Ich spreche gerade mit Herrn Herbert Stumhoff, dem Geschäftsführer von dem Burgenländischen Waldverband. Und wir haben schon gehört, weil Holz ist billig, es ist genug da. Was sind denn noch die Vorteile von Holz? Ja, wir pflegen unsere Wälder. Das heißt, die Wertschöpfung bleibt in der Region, die Stabilität unserer Bestände wird dadurch erhöht und wir verwenden das Holz auch in der Region. Das heißt, wir betreiben hier Kreislaufwirtschaft, wir sichern dadurch Arbeitsplätze und wir belasten nicht die Umwelt, indem wir unser Holz einsetzen für die Energie, sprich für die Verbrennung. Weil es... wieso? Ja, weil Holz nur so viel CO2 bei der Verbrennung freigibt, als es im Zuge ihres Wachstums gespeichert hat. Dankeschön. Bitte. Im Hintergrund sehen wir eine Maschine, die Durchforstungen macht. Es ist notwendig und wichtig, dass man den Wald durchforstet aus einem, aus wirtschaftlichen drinnen und aus zweitem, damit der Wald stabiler und fester wird. Das war unser Themenspezial. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Überblick zur Problematik der umweltbewussten Energiewirtschaft geben können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage. Wir bedanken Ihnen, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war es. Alles. 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 We'll be right back.